Es war krasses Erlebnis, mega kann ich euch sagen. So, Servus, Hallo, ein Test. Ich habe einen Tag Washington besucht. Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es darum... Hallo, willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie Silvester in New York ist. Es war gigantisch, voll überfüllt. Falls ihr es nicht gesehen habt, Link ist unten in der Beschreibung drin. Es ist sehenswert, weil ich habe sowas noch nie erlebt. So viele Menschen, der krasse Wahnsinn. Sorry, Leute, dass das Video mich nicht zeigt oder auch zum Glück. Das war zu einer Zeit, wie gesagt, Silvester rum, wo ich noch nicht ganz sicher war, ob ich das alles machen soll. Trotzdem habe ich schon mal einige Aufnahmen gemacht. Das heißt, die nächsten Videos werden komplett anders. Heute zeige ich euch ein bisschen, was man in New York so schönes machen kann. Ich war auf einer Sky-Bar-Tour. Das heißt, ich habe wirklich New York bei Nacht von den Dächern ganz oben gesehen. Das war richtig, richtig klasse. Ich habe einen Tag Washington-Besuch mit dem Bus ewig lang hingefahren. Wetter war zwar nicht ganz so toll, aber ich habe die Sehenswürdigkeiten dort alle gesehen. Mega kann ich euch sagen. Und am Ende meiner schönen Reise in New York habe ich tatsächlich endlich mal ein NHL-Spiel, ein Eishockey-Spiel besucht. Mein Lebenstraum, was das angeht, dem Sportereignis, ist wirklich in Erfüllung gegangen. Habe ich ihn erfüllt. Dort bin ich dann das erste Mal U-Bahn in New York gefahren. Das war ein krasses Erlebnis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also so hat sich das immer weiter entwickelt, die ist Robert Kennedy gewesen. Das ist die Grand Central Station. Riesig groß und ich bin hier gerade in dem Apple Store. Man geht hier einfach die Treppe rauf und das ist einfach der Apple Store im offenen. Wahnsinn! Ja, einfach mal da hinten die Straße kurz gesperrt, damit das hier mit dem Taub vollgemacht werden kann. Für die ganz kleine Baustelle übrigens, weil das Ding hier gleich ganz nach da oben. Es ist ein schönes Tag in der Stadt. Es ist ein schönes Tag in der Stadt. Es ist ein schönes Tag für die Nachbarn. Wollt ihr mich? 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ladies and gentlemen, please rise and remove your caps for the presentation of colors and the singing of our national anthem is the New York Police Department. Thank you. Untertitelung. BR 2018 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 Ich sage, ich sage bis zum nächsten Mal, viel Spaß bei euren Reisen. Bis denn, ciao.